und die eine Jägerstaffel und es ist zweiten wo ich das Zweig hat er das Zweig hat so noch mein Tod gegangen ist auch manchmal komisch oder jetzt die Spannungen dann liegen die sich in den Jäger lehrt dann wird sich nicht spannend du solltest besser auf die andere Seite kommen ich seh's gerade ich find dich toll wie die Frauen schon wieder so ein Team wo ich kaum was machen kann ich hatte ja in der Runde vorher das Problem nicht Freude das hat mit Skill zu tun es ist aber auch dass sie wenig so gut er hat ein anderes Setup mhm nee das war sicher defensiv oder nein der hatte sehr viele Torbomber uh 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 um sind die Ds die Ds immer noch im Nebel ich war da auch weil ich seh die nicht da ne das war Gate und Ernst und die Fahrer gut ah ja stimmt Entschuldigung ich hab nichts gesagt ha ha citadelä ha ha citadelä Man kann hier echt nix machen. Oh, Faragut, hallo! Ich bin eine Sekunde entdeckt und das ganze Team nimmt mich aus zehn Jahren. Ja, ist klar, eine Faragut schießt mir alle meine Bombe ab. Hab ich auch noch nie erlebt. Alter, mit einem Treffer schon mal 3k Damage. Ich weiß nicht, was passiert sind. Ich weiß nicht, was passiert sind. Ja. Könnte es möglich gewesen sein, dass er deine Flieger weggestrifft hat? Also ich hab vorhin gestrifft, aber der hat zurückgestrifft und hat mir fast alle weggeholt. Nein, 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 ich meine bei der Faragut, dass das gar nicht die Faragut war, sondern der Carrier. Der war ja nicht in der Nähe. Naja, die werden ja nicht gespottet, wenn du direkt alle Flieger verlierst. Das ist falsch. 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 Schau mal hier. Ja, die Trippets, ne? Ne, alle sind da hinten. Sie sollten fortfahren. Weil den Carrier, den schaffen sie schon. Pass auf, Curry King, vor diesen Torps. Ich glaube, die Ranger passt gar nicht auf ihre Flieger auf, oder? Kannst ja mal probieren. Komm schon. Ich meine Flieger kommen einfach nicht heute an. Man kann hier auch nichts tun, weil die alle so gut zusammenfahren hier, ne? K�filat. Schau mal hier gewinnen. Tamm! K. 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 ja nur so richtig anmachen konnte ich nicht wir ohne ich bin dabei 72 7200 heiliger Schüsse wie es weg mehr mehr weil es kann was halten die aus hast du bist recht das stimmt aber letztlich ist es jetzt aber trotzdem überlegen viel zu viel da eigentlich oder m wenn das jetzt ein Jäger noch den Kampf gewinnen das würde mich wundern nicht du kannst ja wegstrafen ja er schießt mir zwei Jäger ab deine letzten beiden Jäger machen mir Probleme ich finde schön wie die einfach hier mal so links herum fahren ne ich spotte mal völlig Curry auch wenn du nichts verstehst ja komm einfach auf die Bismarck okay die line Ja, es ist noch wenigstens ein Kill. 4.000 EP, 11k Damage und in der Mitte Die Ranger hat mir alles kein 12 Jäger abgeschossen Aber konnte auch nicht viel machen, wie man jetzt hier im Spiel sieht, ne? Ach, Curry hat schon wieder gescheatet? Was? Ja, der ist über mir Wir haben verloren War ja auch klar Wollen wir nochmal eine Zeitbahn? Ja, ich nehme auch wieder die Kaga mit, ne? Die macht einfach mehr Spaß zu snipen